Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir können das jetzt eigentlich mal eine Aufnahme lang so probieren. Ich habe gerade das Popup-Schutz-Teil hier weggenommen. Jetzt müsste man alles noch intensiver hören. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei euch anhört, aber ich bin einfach mal ruhig. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind Sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe Sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten Sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten nur, dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Okay. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. nicht mehr Schaden erhöhen. Den nehmen wir auch mit. Ansonsten. 60. Da kann man leider nicht mehr rausrüsten. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Ich habe zwei Upgrade-Punkte. Kämpferplatz gucken wir mal an. Ja. Ja, das würde ich mal sagen, machen wir das so. Dann haben wir das alles so. Ja krass, guckt euch mal an. Wir haben einen Bogen. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Kleppen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Block. Danke. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Wir gehen voran. Wir machen Ruhe, Nora, ganz in Ruhe. Ja Freunde, wir sind noch hier. Wir müssen die Mechanikerteile zusammen fummeln. Damit wir sozusagen das Boot reparieren können. Dann müssen wir auf der Insel gucken, was... Oh. Warte. Einmal hier lang. Oh, die Kiste nehmen wir natürlich nicht mit. Ich glaube, der wird auch optional. So. Dann würde ich sagen, gehen wir hier links. Und müssen dann da hoch. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle gefangenen. Hörst du! Wunsch, 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 es ist doch viel. Na. Du wichst. Blödes Arschgewei. Drückt er uns in den Shotgunschuss rein. Äh, in Shotgun-Nahkampfangriff rein. Können wir aber auch. Nicht vergessen. Na, den Rest holen wir uns jetzt mal abhanden. Zack. Oh, oh, oh. So. Dann klettern wir hier die Felswand entlang. Hier hoch. Achtung. Hinter uns ist noch einer. Ganz in Ruhe. Wir klären hier einen nach dem anderen. Das machen wir schon. Hier kommt. Öffnen wir einmal die Tür. Lunsen, was dahinter ist. Gut, 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 gut. Hier, das nehmen wir mal mit. So etwas wurde von Schreibern an Chine... Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Was der Wolf eine Nachricht überbringen sollte. Hey, was ist denn los? Ist das denn ernst? Zack. Einmal hier hoch. Gut. Hier drin. Bitte. Vielen Darm. Und... Hops. Na ja, Ausrüstung benötigt. Wie gesagt, ihr könnt gerne auf Pause drücken und lesen. Dann würde ich sagen, besorgen wir mal diese Maschinenteile. Bunker an der Klippe. Mal gespannt, was uns jetzt für Monster hier drin entgegenkommt. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ruhe, Menua. Ja, badabadai. Ja, badabadai. Ja, badabadai. Ja, badabadai. Sie schlachten sie aus. Huch. Einmal. Ich bin dafür geziehen, Laura ein neues Autor an. So. Gorillia. Komm, machen wir mal Gorillia-Outfit. Ich glaube, das war ganz okay. Ja. Zack. Und? Vielen Dank. Dann würde ich sagen, auf zum Schiff. Was war denn das? Ähm. Ja. Achtung. Easy. Und. X. Einmal festhalten, bitte. So. Das haben wir. Das haben wir. Dann wollen wir uns einmal hier langhangeln. Daran festhalten. Wichtig. Bei dem schönen Ausblick. Muss das mal sein. Zack. Zack. Was war das? Okay, wir sollen es noch brennen. Eins von vier Flanken verbrannt. Was macht er denn für Geräusche? Holy moly. Das ist doch nur eine kleine Festung. Festung, die da anzunehmen. Bin mal gespannt. Und. Ruhig halten. Wir ziehen ihn raus. Was geht da oben im Palast? Wo ist der Rauch? Der Rauch ist einfach. Jetzt ein Problem. Dann. Hilfe. Schleif! Komm, hole ich. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Nein. Ich bin nicht. 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 Malo top? Fuck Schon wieder? Okay, ich bin gerade ein bisschen lost. Ich würde gerade gerne viel mehr Leute killen. Viel krasser spielen, was du willst. Hä? Da sind wir noch nicht. Ich weiß nicht. Wer kann das? Seit wann haben wir einen Salvenschuss? Wir sind noch nicht fertig. Achtung! Haben wir! Holy Macaroni! Das war ja schon eine Geburt auf eine Art und Weise. Mal ein bisschen Blinderung, es fällt gut. Hast du mal gern gesehen. Okay, Pistole hat einen Salvenmodus. Das ist nice. Mal nachlorden bitte. Das ist voll. Full, full, full. Easy. Easy. Ich helfe den Haar! Ganz schnell! Ich geh von mir! Ich number von mir! Ich number von mir! Ich number von mir! Ich number von mir! Wir sind sehr zu Ende. Mal schbiegen! Ja gut! Wir sind so zu Ende. Wir sind noch zu Ende. Glanzern. Wagen, dass wir sind sie. Wir sind dann in der Jena. Vorsicht, ich komme da. Okay. Beides mitnehmen, beides mitnehmen, beides mitnehmen. Na klar. Fahre mal was du willst. Hasenbär. Langsam. Ich habe das Gefühl, das war immer noch nicht alles. Was war denn das? Och, Mann. Nochmal. Ganzen Weg hoch. Achtung. Achtung. Hier rüber. Da lang. Da hoch. Dann müssen wir hier dran hüpfen. Was willst du eigentlich von mir, Mann? Kann ich mich da doch nicht dran lang hangen? Oh meine Güte. Jetzt muss ich da nochmal hoch. Na Mensch. 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 Okay. Jetzt hören wir mal jetzt. So. Wir laufen nochmal hier lang. Ich bin dann hier drüben. Feuer gefällig. Nein. Schön. Ich habe keinen Bock da wieder dran zu hüpfen und dann falle ich wieder runter und muss alles von vorne machen. Das sind dann wiederum so Sachen, die kann man sich ehrlich gesagt ersparen. Was ist da rüber dann? Hm. Ich würde das so gerne probieren. Okay. so wir sind hier wir sind das spiel ist schon schon echt schön gemacht hier längs hier ist die lorgerfeuer um die fertigkeit an die wir machen können Das ist aber die AK eigentlich auch voll. Die AK ist voll gepimpt. Was haben wir hier? Achtung! Und einmal hoch, bitte. So Freunde, ich würde sagen, wir sind hier am Ende der Folge angekommen. Guckt euch das an. Laura sagt, du werdet nur kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und es heißt, Tom Brother geht weiter. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.